Bitte, Doktor, Sie müssen es mir sagen. Was sind das für Kreaturen? Alles zu seiner Zeit. Sie ist eine Mörderin! Eine Mörderin! Um Gottes Willen, es ist 1964 ein Exorzismus? Die Zeiten mögen sich ändern, Doktor. Das Böse ändert jedoch nicht seine Natur. Wir haben ein Problem. Die kleine lesbische Reporterin. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis nach hier. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Sie haben recht, sie ist wirklich sehr lauf. Sie glauben doch nicht nur, weil Sie mich zu Ihren Komplizen machen, melde ich nicht, was ich hier gesehen habe. Sag mal, wolltest du noch nie abhauen? Du kannst von hier nicht fliegen. Ein schwerer Sturm braut sich zusammen. Das ist unsere Chance. Und wenn er zuschlägt, wird die Hälfte von euch vor Angst wie gelähmt sein. Wohin denn so heilig? Ruhen Sie sich besser aus. Sie werden Ihre Kräfte brauchen, wenn Sie unters Messer kommen. Nein! Die Kräfte brauchen, weil Sie sich insbesondere die Kräfte brauchen, wenn Sie kommen. Vielen Dank.